Hallo, mein Name ist Lutz von Rosenberg-Lipinski, ich bin Kabarettist aus Hamburg und ich unterstütze Projekt Marionette, weil Bewegung für uns alle elementar ist, nicht nur für den Körper, aber auch für den Geist. Und umso wichtiger ist es Kindern, die nicht gehen können, dies zu ermöglichen, auch durch technische Hilfsmittel. Bewegung tut Not für uns alle jederzeit, insbesondere diesen Kindern. Deshalb möchte ich helfen und du kannst das auch. Besucht einfach projektmarionette.com oder auch bei Instagram, Facebook, Twitter, den üblichen Social Media Kanälen, auch bei YouTube. Schaut bitte vorbei und helft. Vielen Dank.